Ja, servus, mein Name ist Markus Pfister und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du für jeden Amazon Marktplatz separat Produktbilder hochladen kannst. Endlich ist dieses Feature freigeschalten. Das war lange Zeit nur Sellern vorenthalten, die bei dem Amazon 360 Programm drinnen sind. Das ist so eine Art Premium Kundensupport. Aber nun können das auch die normalen Verkäufer nutzen. Und ja, das ist toll, weil wir so endlich unsere Angebote auf den internationalen Marktplätzen gut optimieren können. Das Problem bisher war, dass wenn man ein Bild bei einem Produkt hochlädt, dass das global auf allen Amazon Marktplätzen angezeigt wird. Das heißt, wenn du international unterwegs bist, zum Beispiel über PanEU, dann musstest du dich entscheiden, welches Bild du da hochlädst. Es gab da zwei Methoden. Entweder man konzentriert sich nur auf Amazon.de, nimmt deutsche Texte, oder man nimmt englische Texte, dann ist es aber für keinen Marktplatz wirklich optimiert, außer für UK. Oder man fährt zweigleisig und macht Englisch und Deutsch, aber dann wird es eben schwierig, weil dann viel Text auf dem Bild ist. Und für die anderen Marktplätze ist es dann sowieso nicht optimiert, also für Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Aber nun haben wir endlich die Möglichkeit, hier separat Bilder einzupflegen. Und das eröffnet sehr viele Möglichkeiten, hier die Conversion Rate weiter zu steigern. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt. Und wenn dir das Video gefällt, dann klickt bitte jetzt auf Gefällt mir und abonniere den Kanal für weitere Videos. Also, los geht's mit dem Tutorial. Also, hier habe ich euch so eine kleine Datei zusammengeschrieben. Wenn ihr die haben möchtet, einfach unten in der Videobeschreibung den Link klicken, dann kommt ihr zu dem Tutorial. Hier ist alles Step by Step beschrieben. Und ich mache es in dem Video nur ein bisschen zügiger, damit es nicht zu lange wird. Erster Schritt, ihr geht hier auf diesen Link. Dann kommt ihr auf folgende Seite in der Seller Central, länderspezifischer Upload. Mit diesem Tool können Sie lokalisierte Bilder hochladen, um sie nur in einem bestimmten Land anzuzeigen. Zum Beispiel Bilder, die die lokale Sprache verwenden. Also genau das, was wir vorher besprochen hatten. Es ist eigentlich sehr selbsterklärend. Das Einzige, dass ihr beachten müsst, dass ihr eure Bilder richtig benennt. Hier gibt es noch ausführliche Informationen dazu. Ist auch im Tutorial beschrieben. Das Wichtige dabei ist, ihr müsst das Bild benennen wie folgt. Zuerst die Asin, dann ein Punkt. Und dann je nachdem, welches Bild ihr hochladet, entweder Main fürs Hauptbild oder für die anderen Bilder, also das Bild auf der zweiten, dritten, vierten, fünften Position, dann eben mit pt01, pt02, pt03, pt04 und so weiter und so fort. Also immer Asin, Punkt, dann die Position und dann eben Punkt JPEG für die Dateiendung. Dann könnt ihr das hier hochladen. Ihr könnt entweder einzelne Bilder hochladen, ergibt aber wenig Sinn, weil es sehr zeitaufwendig ist, oder ihr fasst alle Bilder in einer ZIP-Datei zusammen. Das zeige ich euch kurz, wie das funktioniert. Ich habe hier schon was vorbereitet, und zwar sind jetzt hier meine Bilder, die ich für die Asin hochladen würde. Also das Main Image, dann die zweite Position, dritte, vierte, fünfte und sechste. Und auf Mac einfach nur markieren, rechtsklick und dann komprimieren. Auf Windows müsst ihr euch entweder 7ZIP oder WinRAR runterladen. Das sind Programme, mit denen ihr ganz einfach so ZIP-Archive erstellen könnt. Und das ladet ihr dann einfach hier hoch. Dann wählt ihr noch das Land aus und dann auf Bilder übermitteln. Je nachdem, wie groß die Datei ist, dauert es eben länger oder kürzer. Und dann könnt ihr hier im Statusbericht nachschauen, ob das Ganze funktioniert hat. In der Regel funktioniert es ganz normal und hat keine Probleme zufolge. Das Endresultat seht ihr nun hier. Das hier ist ein Produkt von uns. Und wir haben jetzt hier Amazon.de und sehen hier, ja, deutscher Text, sehr cool. Und hier haben wir Amazon.it und hier sehen wir italienischen Text, ist auch cool. Und vorhin hatten wir eben überall englische Texte, was dann natürlich für die Conversion Rate nicht optimal war. Und ja, ich werde euch am Laufen halten, was das Conversion Rate mäßig für Auswirkungen hat. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, klickt einfach unten den Link in der Videobeschreibung, dann kommt ihr zu dem Tutorial hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet mehr weit draus ziehen. Wenn das der Fall war, dann bitte jetzt auf Gefällt mir klicken. Und wenn ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet mit vielen Tipps zu Amazon FBA und E-Commerce generell, dann abonniert jetzt meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Servus!